Liebe Geschwister, Alhamdulillah, wir trauern. Wir trauern nicht ohne Würde und wir trauern auch nicht ohne Freude. Denn wir wissen aus dem Munde des Propheten Mohammed, dass Märtyrer besondere Vorzüge haben. Wir wissen, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden und wir wissen, dass sie das Paradies betreten und wir wissen, dass ihnen Kronen aufgesetzt werden, die sie ehren, die sie würdigen und ein Rubin, einer dieser Kronen, liebe Geschwister, wurde vom Propheten beschrieben als besser als das, was, also besser als die Erde und das, was auf ihr ist. Und wir wissen, dass Märtyrer für 70 Verwandte beziehungsweise nahestehende Akriba für Sprache einlegen dürfen am Tage des Gerichts. Und wir wissen, dass der Tag des Gerichts, der mit Schrecken erfüllt sein wird, auch für diejenigen, die am Ende Vergebung bekommen von Allah Ta'ala, aber allein dort stehen zu müssen, ist ein Schrecken. Und wir wissen, dass die Märtyrer diese Schrecken nicht miterleben werden. Deswegen wir trauern, aber auch mit Würde und auch mit einer gewissen Freude. Gleichermaßen haben wir gemischte Gefühle, denn natürlich haben wir auch Wut. Und Wut ist erstmal ein menschliches Merkmal. Und ohne Wut, ohne ein Aggressionspotenzial vermag auch kein Lebewesen zu überleben. Wie könnte es sich verteidigen bei einem Angriff ohne Wut? Natürlich haben wir eine gesunde Wut, weil wir wurden angegriffen. Und diese Angriffe sind teilweise nicht als das gewürdigt worden, als was, als wie sie zu würdigen sind. Außenminister Heiko Maas hat in seinem ersten Tweet von einem brutalen Verbrechen gesprochen. Ein brutales Verbrechen. 49 Menschen in zwei Moscheen getötet, mindestens 20 verletzt, aufgrund dessen, dass vier, davon einer bekannt als Rechtsextremist, live unter Facebook-Schaltung, Menschen, während sie Niederknien töten, das ist ein brutales Verbrechen. Natürlich gab es dann Tweets da drauf. Auch ich habe einen Tweet abgesetzt und dies kritisiert. und später wurde dann auch das Wort Terrorakt von unserem Außenminister Heiko Maas verwendet. Aber der erste Tweet offenbart eine eine gewisse, dass das Fehlen einer gewissen Sensibilität oder das Fehlen eines eines Maßstabs, der angelegt wird. Ja, ein brutales Verbrechen natürlich auch zu verabscheuen, aber das ist kein brutales Verbrechen. Das ist ein Terrorakt. Und warum haben wir nicht nur bei dieser, bei diesem traurigen Ereignis das Gefühl, dass wenn Muslime das Opfer von Terrorakten sind, dass die Solidarität nicht dieselbe ist, wie wenn andere Gruppen von Terrorakten betroffen sind. Abgesehen von der Solidarität, erst mal angefangen bei der Anerkennung, ist das überhaupt Terror, ja oder nein. Und parallel dazu beobachtet man, dass dort, wo Täter Terroristen sind, aber sie sind nicht Muslime, dass dies a, weniger Berichterstattung erhält. Ich habe auf zwei Studien verwiesen in einer meiner vorangegangenen Freitagspredigten, die meinten, dass die erarbeitet haben, dass Terrorakte, in denen nicht Muslime die Terroristen sind, dreieinhalbfach bis vierfach weniger Berichterstattung erhalten wie Terrorakte, die von Muslimen angegangen werden, die von Muslimen ausgeübt werden. Schwierige Lage gerade, geehrte Geschwister, aber sie lässt uns nicht unberührt und wie gesagt, wir haben einerseits Freude, dass Alhamdulillah knapp 50 Menschen ihre Schahada gefunden haben und wir wissen, dass das Blut der Schuhada die Krankheiten der Erde auch heilt. Wir wissen, dass aus ihrem Blut immer Gutes generiert wird. Alhamdulillah. Aber wir werden nicht auf unsere gesunde Wut verzichten. Wir werden sie natürlich kanalisieren. Wir werden sie produktiv zu verwenden wissen. Und subhanallah, traurig, dass ich diese Einleitung geben muss für eine Chutba, die ich vorbereitet habe über Rassismus, weil wir uns gerade in den Tagen oder beziehungsweise in den Wochen gegen Rassismus befinden. Der 21.3. ist der Internationale Tag gegen Rassismus und wir finden uns in Deutschland vom 11. bis zum 24.3. in den sogenannten Wochen gegen Rassismus. Verschiedene muslimische Gemeinden, unter anderem auch der ZMD, machen in ihren Moscheen entsprechende Veranstaltungen. Und Rassismus im Allgemeinen und speziell der antimuslimische Rassismus bedroht nicht nur nicht lediglich Muslime, sondern auch die Gesamtgesellschaft. Dr. Dr. Gerd Pickel hat eine Studie 2015 veröffentlicht, die ich auch auf meiner Homepage zitierte, dass Muslime und der Islam in Deutschland als Bedrohung wahrgenommen werden und dass die Art und Weise, wie über Islam und Muslime gesprochen wird, aber auch die Gesamtgesellschaft bedroht. Deswegen ist Solidarität auch nötig in der Gesamtgesellschaft, auch von solchen Institutionen oder Einzelpersonen, die vielleicht gar nicht viel vom Islam halten. Weil, wie wir jetzt auch am Beispiel des islamischen Religionsunterrichts sehen können, wenn erstmal eine Minderheit deklassiert wird, marginalisiert wird, stigmatisiert wird, ausgegrenzt wird, diskriminiert wird, was passiert, und das selbe Muster springt dann auf weitere Minderheiten über. Und ein promovierter Politikwissenschaftler, der sich im politisch linken Spektrum organisiert hat, mir auch persönlich gesagt, nachdem es euch Muslime dann treffen, also wenn es euch Muslime trifft, dann wären wir die Nächsten. Dann wären wir die Nächsten. Dr. Jürgen Miksch in seiner Broschüre Antimuslimischer Rassismus, Was tun, hat auch ein Kapitel darüber, wie der Antimuslimisch Rassismus nicht lediglich die muslimischen Gemeinden bedroht, oder Menschen mit Migrationshintergrund bedroht, sondern die gesamte Gesellschaft bedroht. Ein ganzes Kapitel. Und man merkt einen gewissen Zynismus, der sich auch unter Muslimen breit macht, den ich auch in mir selbst spüre, wenn ich dann Nachrichten wahrnehme, dass über 100 verschickte E-Mails, die mit nationalsozialistischer Offensive oder NSU 2.0 oder Wehrmacht unterzeichnet werden, mit Gewaltdrohungen, und zwar rechtsextremen Gewaltdrohungen, wie die unterzeichnenden Begriffe oder wie die Unterzeichner wissen lassen, auf einmal auch Politiker erreicht und Institutionen in Deutschland erreicht, also nichtmuslimische Institutionen und Einzelpersonen, man merkt dann so irgendwie, ja, vielleicht merken die jetzt, dass auch sie ein Problem haben, wenn wir ein Problem haben, dass die Hetze, die gegen uns gerichtet wird, ja, nicht zu kontaminieren ist, sondern sich auch wird ausbreiten. Man erhofft sich gewissermaßen, verstehen sie jetzt, wie groß das Problem eigentlich ist und es sind seltsame Gefühle, die man hat. Es sind seltsame Gefühle, die man hat. War auch in den letzten Tagen in der Zeitung zu lesen, da gibt es einen ehemaligen Soldaten, der das Risiko eingeht und sagt, das Netzwerk Uniter beim Namen nennt und sagt, dass in diesem Netzwerk ehemalige und aktive Elite-Soldaten der KSK, also Kommando Spezialkräfte, sowie Polizisten aus Spezialeinheiten, die Destabilisierung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland geplant haben. Ja, und da zählt 80 bis 100 zum harten Kern. Ich glaube, es gibt da 1800 Mitglieder offiziell, die unter anderem auch Wachendepots haben. Ja, und die üben, wie man aus Hubschraubern schießt. Ja, und im weiteren Verlauf auch davon berichtet wird, dass Listen erstellt wurden von Politikern, die öffentlich getötet werden sollen und inhaftiert werden sollen im Rahmen dieser Destabilisierungskampagne. Das kann man lesen. Es ist halt keine Nachricht, die einen ständig irgendwie erreicht und wo dann Journalisten nachhaken und eine Nachricht, die dann irgendwie eine, zwei, drei Wochen eine bleibt, sondern das sind so Randmeldungen, so seltene Blumen auf der Wiese. Was uns auch erreichte, dass das Bundeskanzleramt einem ehemaligen Staatssekretär und Verfassungsschützer die Erlaubnis gegeben hat, für die Rechtsaußenpartei FPÖ zu arbeiten, also die Rechtsaußenpartei in Österreich. Und das hiesige Bundeskanzleramt hat diesem ehemaligen deutschen Spitzenpolitiker die Erlaubnis gegeben, weil die nötig gewesen ist, dass er mit seinen 16, 60 Jahren jetzt für diese FPÖ-Partei arbeitet. Das war Klaus-Dieter Fritsche, Mitglied der CSU, Staatssekretär für die Koordination der Geheimdienste, davor Staatssekretär im Innenministerium und Vizepräsident des Verfassungsschutzes und er bekleidete 20 Jahre lang höchste Positionen im Sicherheitsapparat Deutschlands. Er hat im Rahmen des Untersuchungsausschusses bezüglich der Mordserie der NSU auch das staatliche Vorgehen verteidigt, hat also nicht kritisiert. Wir erinnern uns an die 305-Akten-Ordner, also in so einen Ordner passen 500 Seiten rein, die geschreddert wurden, also Beweismaterial vernichtet, rechnet mal 305 mal 500 aus, wie viele Seiten an Material einfach so verschwunden sind. Und er, wie gesagt, stand stets auf der Seite des Staates und hat den Untersuchungsausschuss auch nicht unterstützt oder seine Arbeit nicht gewertschätzt. Gut, und er berät jetzt den österreichischen Innenminister Herbert Kickl, der schon Reden für Jörg Haider geschrieben hat, der sich auch antisemitisch äußerte, wie ihr alle nachlesen könnt. Und er zum Beispiel Sätze bringt wie Wiener Blut, zu viel Fremdes, tut nicht gut und er auch gefährliche Sätze bringt wie Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Dass wir das verstehen als von Allah überzeugte Personen. Stellt euch mal vor, ein Imam würde sagen, die Religion hat sich nach euren Wünschen zu richten. Nicht eure Wünsche nach der Religion. Ja, was wäre das für ein Imam? Das wäre kein Imam. Kann ein Politiker, der einen Eid auf eine Verfassung schwört, sagen, dass sich das Recht, ja, äh, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht umgekehrt? Anscheinend kann er das immer noch. Ja? Und das Bundeskanzleramt sieht, wie gesagt, keine Schwierigkeit darin, dass ein ehemaliger, höchst, äh, auf höchsten Ebenen aktiver Politiker Deutschlands, äh, in einer solchen, oder für eine solche Partei berät. Ja? In dieser Broschüre übrigens hat, äh, die Politik zum einen und der Verfassungsschutz zum anderen als einer, beziehungsweise als zwei von sechs Gründen Erwähnung gefunden, die zum antimuslimischen Rassismus beitragen. Und damit ist Dr. Miksch nicht der einzige von gebildeten Akademikern, die in Deutschland höchste Anerkennung gefunden haben, die den Verfassungsschutz im Speziellen kritisieren, äh, in Bezug auf seinen Umgang mit muslimischen Gemeinden. Ich darf der Ehre halber aufzählen, Dr. Professor Dr. Werner Schiffauer, Dr. Sabine Schiffer, Dr. Jörn Thielmann, Professor Dr. Dietrich Moswig, der in einem Gutachten feststellte, dass mit Ausnahme der Verfassungsschutzberichte Berlins und Brandenburgs alle in den Jahren 2006 bis 2009 veröffentlichten Verfassungsschutzberichte von Bund und Ländern, alle waren verfassungswidrig. Also das Agieren des Verfassungsschutzes war verfassungswidrig gewesen. Wie dieser hochdekorierte Professor in einem Gutachten feststellte. Professor Dr. Klaus Leggewie, Dr. Horst Mayer, beide, die übrigens in einem Buch dafür eingetreten sind, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird. Das Buch habe ich selbst von A bis Z gelesen und auch Professor Stefan Jakob Wimmer, unter anderem, unter anderem wie gesagt. Alhamdulillah, das Oberverwaltungsgericht in Berlin hat auch den Wirken des Verfassungsschutzes Grenzen gesetzt, der die vielleicht euch auch bekannte Gemeinde Darussalam Begegnungsstätte in Berlin-Neukölln in den Verfassungsschutzbericht mit aufgenommen hat aufgrund von Verdachtsberichterstattung, also von Kontaktschuld. Die haben Kontakte zu, die Kontakte haben zu, die Kontakte haben zu, die Kontakte haben zu, die gelten als dieses und jenes. Da hat das Berliner Gericht gesagt, das gilt nicht und jetzt ist dieser Verein nicht mehr im Verfassungsschutzbericht mit drin. Inschallah wird das auch von anderen Gerichten in Zukunft, viele muslimische Gemeinden klagen bundesweit, dann auch zu einem richtigen und wichtigen Muster werden. Ja, Subhanallah, aber ihr hört das nicht zum ersten Mal von mir. Aber wir bleiben, Alhamdulillah, dabei, wir bleiben geduldig, wir sind zuversichtlich, wir vertrauen auf Allah Ta'ala und wir übertreiben nicht in unserer Trauer, denn wie können wir übermäßig trauern, wenn wir wissen, dass nicht nur diese Menschen das Paradies bekommen werden, sondern Inschallah auch noch 70 von ihren Verwandten, Nahestehenden Inschallah auch Vergebung zuteil werden wird, so ihre Fürsprache wird angenommen, ja, Allahumma Amin, aber das löscht nicht unsere Wut, aber es kanalisiert unsere Wut und es schneidet vielleicht auch die Aspekte unserer Wut weg, die nicht islamisch sind, die nicht islamisch sind. Ja, eyyuhal naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wuantha wajajalnaakum shu'uban wa qbaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqaakum inna allaha alim un khabir ihr Menschen, gewiss, wir haben euch erschaffen aus einem männlichen und einem weiblichen Wesen und machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr euch kennenlernt. Gewiss, der würdigste von euch bei Allah ist derjenige mit am meisten Taqwa. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Dieser Ayah hat festgehalten, dass bei Allah Ta'ala nur die Taqwa zählt, nicht das Geschlecht und nicht die Herkunft, die Abstammung, die Ethnie und der Prophet Mohammed hat bei seiner Abschiedspredigt gesagt, O ihr Menschen, ist nicht euer Herr ein einziger und ist nicht euer Vater ein einziger und ist es nicht so, dass kein Araber einen Vorzug hat und kein Araber hat Vorzug über einen Nicht Araber und er sagte auch und kein Nicht Araber hat einen Vorzug über einen Araber und kein Roter hat einen Vorzug gegenüber einem Schwarzen und kein Schwarzer gegenüber einem Roten außer durch die Ehrfurcht gegenüber aber laut sagte er habe ich das überbracht und die Anwesenden circa 120.000 Sie bestätigten dass der Prophet Mohammed diese Botschaft übermittelte und diese eindeutigen und klaren Aussagen Alhamdulillah haben die muslimische Gemeinschaft geprägt und so finden wir bei uns zwar Rassismus vor aber gefühlt weniger als dies in anderen Gesellschaften ein Problem ist aber nicht so wenig als dass man nicht darüber sprechen muss und der Prophet Mohammed hat auch immer eine gewisse Symbolpolitik betrieben und gewisse Situationen genutzt damit diese falschen Standards aus unseren Köpfen und Herzen herausgehen als erwähnte dass zwei Männer ohne dass sie voneinander wissen um ihre Hand angehalten haben und der Prophet Mohammed er wurde gefragt und das ist eine Amarna gefragt zu werden und er gab ihr mit was den einen anbelangt er ist aggressiv und der andere er ist faul aber heirate Usama und sie berichtet dass sie Usama heiratete und ihre Ehe besonders gesegnet gewesen war dass sie sogar beneidet wurden ja von anderen im positiven Sinne wurden sie beneidet von anderen weil sie einfach eine solch vorzügliche Ehe hatten und Usama war von der Abstammung her so wie die Araber damals ihre Kategorien hatten ja äh bei weitem im Nachteil gegenüber den anderen beiden namentlich bekannten Bewerbern aber der Prophet Musam er klärte dies auf Ebene der Heirat weil dort wenn wir ehrlich sind viele Menschen sagen ja ich bin kein Rassist und nein ich hab nichts gegen die und jene aber wenn dann jemand um die Hand seine Tochter anhält oder umgekehrt ja wenn der Sohn sich dann für eine entsprechende Frau interessiert dann auf einmal fangen die Probleme an dann auf einmal fangen die Probleme an und auf die 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 im Koran Erwähnung finden und der Prophet Musam hat wie gesagt für eine Gesellschaft gesorgt die nicht nach diesen oberflächlichen Kriterien geht weder nach Hautfarbe noch nach Abstammung noch die Menschen nach Geschlecht bewertet und er sorgte bei einer Gelegenheit dafür als ein wohlreicher und bekannter und einflussreicher Mann Gegenstand der Runde war Thema war sagte er beschreibt mir diesen Mann und das ist im Sahih Bukharis auch erwähnt für diejenigen die das interessiert und die Menschen antworteten und sagten dieser Mann wenn er um die Hand einer Frau anhält wird ihm die Heirat ermöglicht und wenn er Fürsprache einlegt dann wird seine Fürsprache erhört und wenn er spricht wird ihm zugehört und dann ging ein unbekannter also der Name wird hier nicht erwähnt ein armer Mensch von den Muslimen ging an der Gruppe vorbei und der Prophet sagt was sagt ihr über Menschen wie ihn und sie sagten wenn der um die Hand eine Frau anhält kriegt er die Frau nicht und wenn er Fürsprache einlegt wenn er sich etwas einsetzt dann kann er sich nicht durchsetzen dem wird dann auch nicht Folge geleistet und wenn er spricht man hört ihm nicht mal zu man hört ihm nicht zu und der Prophet sagt dieser Mann über den ihr gerade gesprochen habt und seines gleichen einer von diesen Männern ist besser als die gesamte Welt voller Männer von der ersten Kategorie das heißt hier sehen wir den Prophet als Erzieher der aktuelle Situationen nutzt um die Seelen der Menschen zu reinigen und es wird auch weiter überliefert dass Abu Hint das war ein Schröpfer gewesen damals war der Schröpfer von seinem beruflichen Status her vergleichbar mit einer Reinigungskraft in der heutigen Zeit kein besonders hohes Ansehen und der Prophet sorgte dafür dass er in einen bekannten angesehenen Stamm auch hinein heiraten konnte wie gesagt um Zeichen zu setzen um Zeichen zu setzen wir müssen uns fragen an dieser Stelle liebe Geschwister was ist in uns drin was den Scheitan dazu geführt hat der erste Rassist zu sein im übertragenen Sinne was führte den Scheitan dazu ja sich von Allah weg zu bewegen es waren seine im Koran dokumentierten Worte er sagte der Scheitan sagte ich bin besser als Adam und was hat er für einen Grund gehabt ich bin ich habe mehr Taqwa ich habe mehr Ibadah geleistet mehr Einsatz für den Islam nein was er sagte war ich bin besser als er er wurde ich bin aus Feuer erschaffen und er ist aus Erde erschaffen das heißt diese oberflächlichen materialistischen Kategorien ja und sowieso sinnlos dass man über Taqwa redet als Grund besser zu sein als andere weil der der Taqwa hat der wird in seiner Demut gemäht der hat Angst dass seine Taqwa überhaupt wahrhaftig ist der hat Angst dass sie vielleicht abgewiesen wird weil die die Absicht nicht rein ist er hat Angst dass er bestraft wird aufgrund seines Wissens und jemand anderes und er hofft für jemand anderes dass er Vergebung findet aufgrund seines Unwissens ja und da müssen wir auch aufpassen weil wenn wir über Rassismus sprechen als Betroffene teilweise als mehrfach Betroffene im Sinne von den gruppenbezogenen menschenfeindlichkeiten manchmal erwischt uns mehr als eine manchmal sind wir Frauen und schwarz und musliminnen haben vielleicht eine Behinderung haben Migrationshintergrund und leben in finanziell schwachen Verhältnissen da haben wir gleich sechs und teilweise mehr gruppenbezogene formen von also formen von gruppenbezogener menschenfeindlichkeit die auf uns zutreffen und manchmal macht das nicht nur positives mit uns was zu beobachten ist und das bei sehr vielen wie Studien auch nahegelegt haben in Bezug auf unsere Mitbürger im Osten Deutschlands die Erniedrigung die sie von den Wessis in Anführungsstrichen jahrzehntelang erfahren haben die geben sie jetzt weiter an andere und manchmal passiert das auch mit uns manchmal wir werden unter Druck gesetzt und wir geben den Druck irgendwie weiter wir werden auf dem Schulhof verprügelt und suchen uns noch einen Schwächeren um dann unsere Aggression die wir durch die Erniedrigung und Unterdrückung bekommen haben rauslassen zu können aber dann sind wir auch nicht besser liebe Geschwister dann sind wir auch nicht besser sondern wir machen es einfach nur eine Liga tiefer aber wir spielen dasselbe Spiel deswegen sollten wir darauf achten dass insbesondere wir die Ummah Muhammad nicht in irgendeiner Form Diskriminierungen an andere weitergeben gleichfalls liebe Geschwister müssen wir dafür sorgen dass uns dieser gesamte Diskurs nicht zur Isolation bringt dass wir sagen wir haben keinen Bock mehr auf Auseinandersetzung wir haben keinen Bock mehr auf Begegnung wir haben keinen Bock mehr auf dieselben Fragen und unsere Antworten vor 20 Jahren wurden schon nicht erhört und wir wollen einfach nur in unseren Moscheen bleiben und wir wollen keine Begegnung keine Austausch keine Zusammenarbeit keine Kooperation keine Netzwerkarbeit weil das hat Allah Ta'ala liebe Geschwister uns verboten ihr kennt unsere Broschüre zum Thema Nachbarschaftliches Miteinander und unsere Nachbarn haben ein Recht sogar Rechte in der Mehrzahl gesprochen das heißt wir können keine guten Muslime sein wenn wir in Isolation leben und umgekehrt auf der anderen Seite dürfen wir nicht auf eine Art und Weise rebellieren und provozieren die nichts bringt die einfach nur die Eskalation weiter weiter führt Wir werden für unsere Rechte kämpfen und wir werden nicht nachgeben aber wir müssen unterscheiden zwischen einer pädagogischen Provokation um Denkanstöße anzuregen aber das im Rahmen einer wertschätzenden Begegnung so dass sich am Ende niemand verletzt fühlt sondern man hat ihm einfach nur einen kleinen Hinweis gegeben zum Denken angeregt wenn beispielsweise es war in einer Moscheeführung da hat sich jemand dafür ausgesprochen dass Mädchen unter 14 Jahren das Kopftuch tragen verboten werden sollte und ich habe ihm gesagt ich kann ihm dabei helfen so eine allgemeine Kampagne zu machen wo dann auch die jüdischen Jungen mit den Schläfen Locken gleichermaßen dann davor gerettet werden würden sich gegenüber der Mehrheit so zu exponieren weil man will ja nur die Kinder schützen Stimmt's man will sie ja nur vor Diskriminierung schützen ja dann vergesst bitte auch nicht die jüdischen Knaben und dann ah ja dann auf einmal klick jetzt ist der Groschen gefallen nee das wollen wir nicht ja aber das im Rahmen einer Wertschätzung hier wollen sie noch einen Kaffee Tee wollen sie noch einen Kaffee oder Tee und wie geht es sehen und das sind wir und ja nicht einfach nur Selbsthass verbreiten und sinnloses Zeug machen über eine Angelegenheit möchte ich etwas ausführlicher sprechen wenn wir dann über unsere Betroffenheit sprechen sagt man uns oft ich höre das nicht zum ersten Mal ja sie sind ja sehr emotional ja und ich habe darüber nachgedacht weil ich mich manchmal entwertet gefühlt habe durch dieses Argument und das was ich gesagt habe als entwertet empfunden habe ich kann nicht emotional sein wie soll das gehen jeder gesunde Mensch selbst wenn er nicht betroffen ist sollte von Rassismus und Anschlägen und Terror emotional betroffen sein ja warum nicht der der betroffen ist ja aber was oft damit gesagt werden möchte ist was sie sagen ist nicht rational weil sie sind gerade emotional achtet darauf ja gibt denen die noch nicht verstanden haben keine Angriffsfläche benehmt euch seid höflich redet in ruhiger Stimme ja argumentiert und da wo eure Emotionen zum Vorschein kommen und dies angesprochen wird passt auf weil das ist oft eine Falle nicht immer aber oft sagt ja natürlich bin ich emotional aber dann lassen sie uns doch sachlich über meine vorgetragenen Argumente reden was sagen sie dazu auf Sachebene wollen sie damit sagen dass ich nicht rational mit ihnen rede das ist wichtig liebe geschwister wichtig dass man auch über über institutionen und personen mit anderen institutionen und personen netzwerke bildet und in diesen netzwerken auch aktiv ist und auch sie zitiert wo vielleicht ihre dr. pickel und dr. mick und all die namen die ich hier erwähnt habe und hunderte von anderen alhamdulillah um einfach diesen menschen die vielleicht auf dem falschen Pfad sind es zu erleichtern ja zur Realität zu finden wehren ja ich habe den Brief oben in meinem Büro liegen lassen aber ich werde aus dem Gedächtnis zitieren ein Bruder kam zu mir und hat gesagt Bruder ich mache von ich pendle von der Stadt X in die Stadt Y in ein anderes Bundesland von Bundesland zu Bundesland um eine Ausbildung zu machen dann kommt der Verfassungsschutz zur Schule und sagt ich wäre Gefährder und Salafist und der Direktor schmeißt mich raus und er sagt er zeigt mir Zeugnisse guck das sind meine Zeugnisse ich habe sogar schon einen Vertrag für ein Praktikum in Zukunft unterschrieben bekommen und ich habe nur zwei und er sagt es stimmt ich habe vor Jahren Kontakt zu den falschen Leuten gehabt aber das ist abgeschlossen dieses Kapitel der Bruder kam auch zu dem Zeitpunkt zu mir hat auch sich erklärt lange Geschichte kurz gemacht und wir haben zusammen einen Brief geschrieben und ich habe gesagt gib diesen Brief dem und wir haben erklärt wie soll die Welt sicher werden wenn ein ehemaliger Gefährder sagen wir mal er war ehemalig ein Gefährder einfach nur so der Diskussion halber wie soll die Welt sicher werden wenn man so eine Person die Grundlage für ein gewöhnliches Leben nimmt nämlich dass er eine Ausbildung macht wie soll da die Welt sicher werden welchen Sinn macht dieses Vorgehen vom Verfassungsschutz leider war der Anwalt der geholfen hat nicht die Stellen die wir zunächst aufgesucht haben aber wisst ihr was passiert und was das Schlimme war er hat noch nicht mal und noch nicht sein Anwalt den Brief bekommen vom Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen den der Direktor der Schule erhalten hat man kriegt noch nicht mal den Grund schriftlich in der Hand dass man was dagegen machen kann auch das ist ein großes Problem Jahrgang das heißt wir wehren uns versteht mich nicht falsch bringt es nicht durcheinander weder in die eine noch in die andere Richtung wir wehren uns und wir sind wütend aber wir sind nicht verrückt und wir sind erst recht nicht das was einige Leute gerne hätten nämlich unkontrolliert aggressiv rückständig ja wir sind klug wir haben unsere Emotionen im Griff ja unsere Aqida gibt uns Kraft Alhamdulillah lasst uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten er ist der Einzige der uns zu vergeben vermag und eine Liebe Geschwister eins ist auch in der heutigen Zeit sehr sehr wichtig sehr sehr wichtig und das Das ist die Dosierung dessen, mit was wir umgehen. Wenn man zu viel über die Vergebung Allah Ta'ala spricht, hat man die Dosierung überschritten und man wird die guten Taten vernachlässigen. Wenn man zu viel über die mögliche Strafe Allah Ta'ala spricht, wird man vielleicht die Hoffnung verlieren. Es ist also eine Frage der Dosierung. Und ich möchte, dass ihr eure Augen weit aufmacht und eure Herzen für all die positiven Ereignisse, die um uns herum passieren und für all die gesellschaftliche Solidarität von Einzelpersonen, von Institutionen gegenüber der muslimischen Gemeinde. Und das ist nicht wenig. Wenn ihr in ein Frankfurter Krankenhaus geht und nach Seelsorge fragt, dann werdet ihr dort die Bilder von unserer Gärtenschwester Rabia Beshari und von unserem Gärtenbruder Ayub. Ich habe seinen Nachnamen nicht, aber unser Abu Ayub, der Koran-Rezitator, der bekannte Moschee-Aktivist, Alhamdulillah Allahu Akbar. Werdet ihr dort die Fotos sehen, als muslimische Seelsorge. Und ich bezeuge, dass dies nicht zustande gekommen wäre, wenn nicht, sowieso Allah Ta'ala steht über allem, aber Menschen haben sich bereit erklärt, die Liebe Allah Ta'alas weiterzuleiten. Dies wäre nicht zustande gekommen, auf weltlicher Ebene gesprochen, ohne Christen aus der protestantischen Kirche und ohne Christen aus der katholischen Kirche. Die haben sich eingesetzt. Und natürlich wurden die kritisiert, aber die sind standhaft geblieben, weil sie Werte haben und Rückgrat haben, Alhamdulillah. Vergesst dies bitte nicht. Und auch, nachdem wir inshallah unser Freitagsgebet werden verrichtet haben und auch ein Totengebet, das werde ich auch gleich thematisieren, für diejenigen, die das mitmachen wollen, werden wir auch etwas Positives feiern, nämlich die Schahada, eines unserer Mitmenschen, eine Schwester, wir werden inshallah hier eine kleine Runde machen, sie wird ihre Schahada offiziell sprechen und mit ihr werden sein, mit ihr werden sein Menschen aus ihrem Umfeld, die den Islam noch nicht angenommen haben, aber dies auch mit unterstützen, Alhamdulillah. Also nicht, dass wir irgendwie die Welt jetzt in schwarz und weiß einteilen, das ist genau das, was die Hetzer wollen, dass auch wir auf einmal anfangen, verrückt und irrational zu werden. Also achtet auf das Positive und bewertet das Positive auch, schätzt das Positive auf, schätzt auch diejenigen, die sich wie gesagt einsetzen. Ansonsten ist es nur eine Spirale des Negativen, wenn wir das Positive nicht mehr wahrnehmen. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, oh Allah, Alhamdulillah, du hast Propheten entsandt, Alhamdulillah, du hast sie unterstützt mit Menschen, die bereit sind, ihr Leben dafür zu geben, oh Allah, für die Wahrhaftigkeit und Wahrheit dieser Religion. Oh Allah, bitte, bitte nimm die Seelen unserer verstorbenen Geschwister in Neuseeland, in deine Barmherzigkeit mit auf und bitte lasse sie erfolgreich Fürsprache einlegen, für 70 ihrer Nahestehenden. Allahumma, amin. Oh Allah, bitte lass die Welt aufwachen. Oh Allah, bitte gib denen Kraft, die sich solidarisieren müssten, aufgrund ihrer Einstellung, aber noch nicht dazu gefunden haben. Oh Allah, bitte bringe diejenigen ab, die auf ihrem Feldzug des Hasses sind. Oh Allah, bitte recht leite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Oh Allah, bitte gib uns Kraft, und stärke, oh Allah, lasse uns noch mehr in die Moscheen gehen, oh Allah, lasse uns die Angst, die der Scheitan uns durch solche Ereignisse einjagen möchte, als solche erkennen, als scheitanisches Angst machen und lasse uns dadurch noch stärker werden, oh Allah. A'audu billahi minas shaitanirajim. Oh Allah, bitte vergib denen, den auf deinem Weg gestorbenen und oh Allah, bitte verhilfe denjenigen zum Sieg, die auf deinem Weg kämpfen. Oh Allah, bitte befreie diejenigen, die auf deinem Weg gefangen genommen wurden, sind, oh Allah. Bitte erlöse diejenigen von ihrem Leid, die auf deinem Weg Leid erfahren. Und bitte schenke denen, die ihre Heimat verloren haben, ihre Heimat wieder, oh Allah, als sie diese für dich verloren haben. Und bitte heile die Kranken und bitte verheirate die Unverheirateten, oh Allah. Allahumma amin. Bitte beschütze unsere Jugend im Speziellen und unsere Kinder. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, von dir beten hat. Und bitte schenke uns Zuchtucht, vor allem auch der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, bei dir um Zuchtucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala ala amina Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Allahumma sallam